So Freunde, heute geht es um die Santorini Outfit Edition. Wer nichts mit Santorini anfangen kann, das ist die wunderschöne griechische Insel in blau und weiß. Also mein Outfit ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich habe aber drei andere Vorschläge für euch, also stimmt gerne ab, welches Outfit ihr am passendsten findet. Wir starten mit Outfit Nummer 1. Das ist das erste Outfit und macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Zu einer weißen Leinhose zieht man auf jeden Fall helle Unterwäsche an. Ansonsten habe ich mich für ein Leinen Outfit, Hemd und Hose entschieden. Dazu passen die Flipflops für richtig heiße Tage. Für die etwas kälteren Tage auf Santorini gibt es jetzt das nächste Outfit. Und zwar habe ich hier eine weiße Skinny Jeans, die etwas dicker ist und einen hellblauen Strickpullover. Was sagt ihr zu diesem Outfit? Etwas wärmer. Kommen wir zum dritten. Drittes Outfit und die etwas offiziellere Hemd-Version. Blau-Weiß gestreift, wieder die Leinhose und mit Sneakern. Bin gespannt auf euer Feedback. Für alle Details zu dem Outfit, checkt gerne den Link in meinem Profil oder schreibt mir einfach.